Ein spektakulärer Ort für die Eröffnung der 49. Berliner Seniorenwoche. Das Zeiss Großplanetarium Berlin-Prenzlauer Berg. Vom 24. Juni bis 1. Juli 2023 fanden in allen Berliner Stadtbezirkungen Veranstaltungen statt. Thema Gemeinsam statt Einsam. Die offizielle Eröffnungsveranstaltung im Großen Saal des Planetariums. Bei strahlendem Sonnenschein war der traditionelle Markt der Möglichkeiten sehr gefragt. Eine Vielzahl von Organisationen, Institutionen und Vereinen haben ihre Ideen und Angebote vorgestellt. Mittenmang ist wieder mal Mittenmang. Wir sind Senior Partner im School und gehen als Senioren ausgebildete Schulmediatoren an die Schulen, um den Kindern bei der Lösung ihrer Konflikte zu helfen. Und dazu erhalten unsere Senioren eine Ausbildung zum Schulmediator und gehen dann mit großer Begeisterung eigentlich in die Schulen, in die Berliner Grundschulen und Sekundarschulen, um dort gewaltfreie Prävention eigentlich in den Schulen zu leisten. Einen Weg, die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben besser zu organisieren und zu unterstützen, zeigt ein Projekt der Universität Vechta. Digitalkompass, was muss man sich darunter vorstellen? Der Digitalkompass ist dafür da, um Menschen mit Sinnes- und Mobilitätsbeeinträchtigungen auf dem Weg in die digitale Welt zu helfen. Dazu haben wir zum einen unser Schulungsangebot, wo wir Ehrenamtlichen aufzeigen, wie sie in ihren alltäglichen Beratungsangeboten auf Menschen mit Sinnesbeeinträchtigungen eingehen können. Das heißt, worauf muss ich achten, wenn ich jemanden mit einer Hörbeeinträchtigung oder Sehbeeinträchtigung habe? Und zum anderen ist unser Angebot für Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigungen das digitale Lerntandem. Dort haben sie die Möglichkeit, sich anzumelden und über einen Zeitraum von neun Wochen eine studierende Person zugeordnet zu bekommen. Wir sind heute am Stand hier von Mittenmang in der Seniorenwoche. Genau. Und, was wollen wir hier machen? Na, wir wollen uns etwas vorstellen. Unsere Gruppe, unsere Seniorengruppe, die ja bei Alex Berlin oder für Alex Berlin filmt. Und wir wollen unsere Aktivitäten einfach vorstellen und vielleicht Interessierte finden, die bei uns mitmachen wollen. Die Zeitzeugenbörse vermittelt Zeitzeugen aus Berlin zu Erlebnissen im Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit, zum Leben im geteilten und wiedervereinigten Berlin und zu kulturellen und sportlichen Höhepunkten aus 100 Jahren Berliner Geschichte. Eine Vielzahl von Informationen bezieht sich auf die klassischen Themen. Pflege, Betreuung und unterstützende Hilfe. Wir sind von dem Berliner Betreuungsverein und die Berliner Betreuungsvereine beraten kostenlos und informieren kostenlos zu den Themen Betreuungsverfügung, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Und wir bieten individuelle Informationsgespräche an, aber auch Informationsveranstaltungen, die auch auf unserer Internetseite www.belner-betreuungsvereine.de zur Verfügung stehen und für alle kostenlos nutzbar sind, weil wir von der Senatsverwaltung und Soziales für diese Arbeit gefordert werden. Und wenn Sie sich interessieren, dann kontaktieren Sie uns sehr, sehr gerne. Danke. Zu Fragen des letzten Lebensabschnittes waren Hilfsangebote unter anderem des Hospiz- und Palliativverbandes Berlin e.V. und der Gesellschaft Humanes Leben, Humanes Sterben vor Ort. Es bleibt zu hoffen, dass die vielfältigen Angebote von staatlichen Institutionen und ehrenamtlichen Helfern diejenigen finden, die diese Unterstützung dringend benötigen. Mir hat sich an diesem Tag gezeigt, es gibt aus allen Teilen des gesellschaftlichen Spektrums Hilfsangebote. Sie müssen nur zueinander finden. Wenn Sie das nachvollziehen, muss ich nicht vor, um das Netzwerk geistigen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020